Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der Niklas. Hallo! Hallo! Wir werden heute die vierte Folge in Angriff nehmen. Dazu werden wir unser Spiel laden und ich bin schon gespannt, was heute passiert. Wer weiß, sind wir überhaupt diese beiden Charaktere? Ja, ich bin der Jönlore. Na komm mit. Und zwar müssen wir jetzt durch das Tor Nummer vier gehen. Ja, vier. Hotrennen auf Mos Espa. Hotrennen? Hotrennen, ja. Ja, das kenne ich. Das habe ich mal bei meinen Little Star Wars gespielt. Episode 1 Die Dunkle Bedrohung Kapitel 4 Hotrennen auf Mos Espa Königin Amidala und ihre Jedi-Beschützer fliehen von Nabu nach Coruscant, um dort den Galaktischen Senat über die Invasion der Handelsföderation zu informieren. Als jedoch der Hyperantrieb ihres Raumschiffs während ihrer waghalsigen Flucht beschädigt wird, müssen sie auf einem entlegenen Planeten Tatooine notlanden. Und den Rettung reparieren, oder was? Können wir mal. Der schaut kaputt aus. Der ist ja kaputt. Ja, der hat einen neuen. Der ist aber teuer. Ja, ein Potrennen. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wir fangen... Oh, wir fahren... Ich bin der Grüne! Ich kenne das. Wir haben noch keinen einzigen überholt. Oh je, sie schießen auf uns. Er ist nur überholt. Um Gottes Willen! Oh! Super-Ledostein! Ich habe den gesammelt. Überholt! Ösen-Tiel den überholt! Power-Fällt! Und Power-Fällt! So, noch ein Ledostein! Super-Ledostein! 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 Um Gottes Willen! Das ist schnell! Das ist schnell! Super-Ledostein! 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 Zuerst du-Ledostein! Der ist aber unfair! Das wird er bereuen! Nie! Mit dem darfst du kämpfen! Au! Der ist dran vor uns. Der ist vor uns? Ja, der, der Rotter. Aus der Bar. Nachher die Superlädel-Tamm. Um Gottes Willen, mitten hinein. Den müssen wir überholen. Gib Gas, Markus. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich will das sein. Jedes Mal. Und dieses Loch. Und in die Steine. Und los. Düsen, düsen. Superlädel-Stamm. Geballtes Unvermögen. Oh je. Oh je. Wir haben es nicht geschafft. Nein, ich bin reingefahren. Ah, nochmal. Markus, ich bin fast da reingefahren. Das ist so verwirrend. Ich muss jedes Mal auf dich warten. Das ist so verwirrend. Ich glaube, die Folge wird heute länger dauern. Heute wird es eine EZL-Folge. Wir müssen zusammen gegen den gewinnen. Los, 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 los. Das ist eine Absperrung. Ja, sobald einer von uns beiden hängen bleibt, können wir nicht mehr gewinnen. Helft, der kann fliegen. Natürlich ist das so unfair. Der kann fliegen. Der fliegt einfach drüber bei den Laserstrahlen. Super Lädel-Stein, geholt. Das hilft uns gar nichts. Los, 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 los. Du musst auch über die Grünen drüber fahren. Das hilft mir nichts, wenn ich schnell bin. Wenn du mich dann wieder ausbremst. Immer über die Grünen drüber fahren. Warte, fliegt einfach drüber. Ja, versuch über die Grünen drüber zu fahren. Sonst kriegen wir den nie. Und nicht in die Felsen hinein. Ja, hier ist es so schwer. Das sind so schwere Ecken. Also, liebe Zuseher, das kann jetzt nur noch Stunden dauern. Oben, oben, oben. Nicht in den Felsen. Das ist schon wieder weg. Und wieder nicht. Meine Millimeter. Boah, meine Fehler tun schon weh. Okay, wir sind knapp. Nicht immer da hinein. Was? Du fährst immer in die selbe Stöhe hinein. Kriegen wir wieder nicht. Nicht immer in die Kurven. Und du fährst immer in das Loch. Immer. Jede Runde. Jetzt nicht in die Kurven. Das ist knapp. Jetzt haben wir eine Chance. Wenn wir jetzt keinen Fehler machen, haben wir eine Chance. Das war eine Schwere Geburt. Das war eine Schwere Geburt. Eine Schwere Geburt. Und der andere ist repariert. Und das Level abgeschlossen. Und wir haben eine Kennspot bekommen. Wir sind bei weitem keine Waren Jedis. Und wir haben 139.900 Steine. Und wir haben 9 von 10 Minikids. ein goldener Legostein. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um in der Kantina eine kleine Pause zu machen. Essen. 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 Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir eigentlich weniger. Ja. Es war richtig anstrengend. Wir würden uns freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr uns ein Abo da lasst. Oder ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.